Hallihallo. Na? Geht's euch noch gut? Ihr seht sehr entspannt aus, finde ich. Wir haben jetzt eine sehr schöne Sache vor uns. Ich habe hier die Steffi neben mir sitzen. Ja, hallo. Hi. Wir machen jetzt, ich muss mich erst mal entschuldigen, ich habe gerade gesagt, wir spielen Monster Hunter World. Das stimmt natürlich nicht. Wir spielen Monster Hunter Generations Ultimate. Kennt das einer von euch? Ah, schau mal. Seid ihr gut in Monster Hunter? Ja. Wer von euch Monster Hunter noch nicht gespielt hat, aber vielleicht mal Bock hat, das auszuprobieren. Es gibt eine Demo, die könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal holen. Da hinten ist ansonsten auch der Stand von Capcom, da könnt ihr auch noch mal vorbeischauen. Wir machen jetzt hier aber ein Tournament. Genau, genau. Also, und für das Tournament konnte man sich einmal im Livestream mit mir registrieren. Da hat sich der wunderbare Alex für registriert, der da drüben ganz hinten sitzt. Und dann haben wir noch den Victor da drüben, der sich qualifiziert hat. Und dann haben wir noch auf der Mac gefunden den Jean und den Clement. Die haben sich quasi hier auf der Mac qualifiziert. Genau, die haben sich hier noch mal. Genau. Ich finde, erst mal machen wir einen Applaus für die vier Jungs, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Genau. Und wir werden jetzt verschiedene Arena-Quests mit den Leuten spielen. Das Besondere bei Arena-Quests ist halt, dass alles vorgegeben ist und es halt auch eine Vergleichbarkeit gibt. Und wir eben halt über die Zeit, wer der schnellste sein können, wer es besser geschafft hat. Quasi haben also die Jungs dieselbe Ausrüstung, dieselben Waffen, müssen dasselbe Monster legen. Wer es am schnellsten schafft, gewinnt. Ich bin echt gespannt. Ich habe Monster Hunter ein bisschen gespielt. Ich bin mal gespannt auf die Tipps und Tricks von den Profis. Ja, also ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das ist natürlich, man muss immer mal ein bisschen einrechnen. Jetzt hier auf der Bühne und so ist man natürlich auch immer ein bisschen aufgeregt. Das gehört dazu. Und ja, uns fehlt auch leider heute ein Mann im Team, denn eigentlich wollte noch der Jan von Dark Rebirth dabei sein, seines Zeichens Monster Hunter Speedrunner, der das hier alles easy in die Tasche gepackt hätte. Der ist leider von der Grippe dann niedergerafft worden. Von daher machen wir beide das jetzt ganz charmant für euch. Machen wir. Und ich würde eigentlich auch sagen, wir können relativ loslegen. Es wird schon fleißig getanzt im Spiel. Es wird fleißig getanzt im Spiel. Also hier haben auch, bis auf Jean hier neben mir, haben alle ihre eigene Konsole und ihren eigenen Charakter dabei und haben ja auch schon ein bisschen Fashion Hunter Rhythm gezeigt. Also so kann es aussehen, wenn man Bock auf Monster Hunter hat. Hast du das Schwert gesehen? Das ist, also, abgefahren. Ja, und wir haben ja jetzt auch das Rüstungstransferieren Feature. Das heißt, du kannst auch einfach nur Fashion machen und andere Werte hinterlegen. Aber das finde ich cool. Das heißt, ich kann mir die Klamotten anziehen, die cool aussehen, habe aber trotzdem die Werte von den guten Sachen. Das musst du dir aber alles sehr hart erspielen, denn du musst dir beide Rüstungssets dafür komplett erspielen. Aber das ist ja Monster Hunter Monster Hunter, das ist ja auch kein Spiel, was unbedingt darauf ausgelegt ist, dass du nach zwei Stunden wieder weglegst. Nee, überhaupt nicht. Also das beschäftigt uns ja immer, also wirklich teilweise täglich. Ja. Und genau, ich würde einfach sagen, Jungs, wir legen los. Also rennt doch mal zum Questausgang. Das heißt, die vier Jungs spielen jetzt gleichzeitig, ne? Genau, die spielen jetzt gleichzeitig, aber nicht miteinander. Jetzt sehen wir auch schon hier im Auswahlbildschirm, dass wir hier vorgegebene Waffen haben und auch vorgegebene Jagdstile. Denn wir haben ja im Gegensatz zu Monster Hunter World, haben wir hier verschiedene Jagdstile, die sowohl passive als auch aktive Fähigkeiten, die ihr habt, beeinflussen. Und wir haben, was ich ziemlich geil finde, darüber hinaus auch noch die Jagdtechniken. Die werden wir gleich noch im Einsatz sehen, da kann ich ein bisschen zu erzählen. Sehr gerne, da bin ich mal gespannt. Okay, hier wird schon losgelegt. Tukan legt schon los. Das ist aber alles kein Problem, weil die Zeit wird vom Spiel gleich selber gemessen. Also, und mit der Zeit arbeiten wir natürlich. In der Arena habt ihr das Monster halt auch nicht quasi in seinem Habitat, wie ihr seht, sondern es ist wirklich nur ihr gegen das Monster und sonst nichts. Ihr habt hier auch nicht eure Companions dabei, die Fee-Lines, die euch sonst auch immer ein bisschen helfen. Das macht das Ganze natürlich noch wesentlich anspruchsvoller. Das Monster, gegen das sie hier kämpfen, ist der Malfestio. Ich mag den sehr gerne. Der sieht sehr hübsch aus. Ja, aber er ist auch sehr gemein. Er ist so von vielen auch ein Gegner, wo sie sagen, oh, muss ich denn mit? Der ist so anstrengend. Ist doch so nerviger. Ja, aber ich liebe ihn, weil er kann nicht in Schlaf versetzen. Das werden wir bestimmt noch mal sehen. Und das, was er hier drüben gerade gemacht hat, das ist, damit dreht er deine Steuerung um und verwirrt dich. Und wenn du ganz viel Pech hast, kriegst du auch mal alles aufeinander rauf und dann bist du fast so gut wie dein Lager. Das verstehe ich natürlich. Selbst wenn du jetzt irgendwie Speedrunner bist und Profi, wenn deine Steuerung verdreht wird, ja dann gute Nacht. Nee, also tatsächlich, die Speedrunner sind so schnell, die interessiert das gar nicht mehr. Echt, gar nicht? Nein, die können so schnell im Kopf umschalten. Also ich kann es auch nicht. Ich bin selber gar nicht so eine gute Speedriderin, das muss ich zugeben. Ich bin immer eher so gemächlich und mache das so in meinem Tempo. Aber die Leute, die das wirklich drauf haben, die stört es mit dem Steuerungsumdrehen überhaupt nicht mehr. Also hier sind wir auf jeden Fall auch schon relativ schnell dabei, ne? Ja, also wir haben hier auch bei Tukan ein Großschwert. Agnes spielt mit Schwert und Schild. Schwert und Schild habe ich tatsächlich auch sehr, sehr gern gespielt. Da hast du es gerade. Hat er gerade die Fragezeichen über Kopf gehabt. Genau, genau. Das ist, wenn die Steuerung umgedreht ist. Du kannst dagegen einen Bitterkäfer nehmen, aber du hast nicht unendlich viele davon, weil hier auch in der Arena die Items vorgegeben sind. Und da sehen wir gerade bei Agnes geht in den Mount. Ah ja, genau. Er springt quasi auf das Monster rauf und kann ein bisschen mehr Schaden dadurch machen, ne? Genau. Also es gibt tatsächlich immer so im großen Speedrun-Universum, dass man zum Teil sagt, ein Mount nimmt zu viel Zeit weg, tatsächlich. Aber es hilft natürlich, wenn das Monster wie jetzt auf dem Boden liegt. Und jetzt ist er auch noch geparrert. Das ist eine Fähigkeit, die auf Schwert und Schild raus ist auf der Waffe, was natürlich super ist, weil jetzt kann er gerade gar nichts machen. Jetzt kann er richtig Schaden raushauen. Genau. Und der Maipestio ist am Kopf sehr empfindlich. Deswegen gehen die auch immer alle schön auf den Kopf rauf hier. Das wissen sie natürlich, weil es sehr entscheidend ist, wo du den Schaden machst. Das muss man mal dazu sagen, für alle, die Monster Hunter vielleicht noch nicht ganz so kennen. Der Monster Hunter ist ein Spiel, ihr schnappt euch solche großen Viecher und die sind nicht einfach mal so ein paar Minuten gelegt. Ihr braucht wirklich eine ganz, ganz gute Taktik. Ihr müsst erst mal das Monster beobachten, wie verhält es sich, weil es auch seine Verhaltensmuster verändert tatsächlich, je nachdem, wie ihr euch verhaltet. Und hat natürlich auch verschiedenste Schwachpunkte am Körper. Mal ist der Kopf ein bisschen angreifbarer. Wenn du so einen großen Dino hast mit so einem mächtigen Kopf mit ganz vielen Schuppen dran, dann ist der vielleicht eher so am Bein verletzbar oder so. Da muss man schon wissen, wo es weh tut. Genau, also wir werden nachher im Finale auch noch ein Monster sehen, das zum Beispiel am Kopf gar nicht empfindlich ist, weil es quasi einen wirklichen Dickschädel mitbringt. Und der ist dann halt eher am Bauch empfindlich. Das ist halt immer von Monster zu Monster nochmal unterschiedlich. Aber viele sind tatsächlich am Kopf sehr empfindlich. Alles klar. Ich will hier auch nochmal rüber gucken, was Harry und Ryuko Matoi machen. Ich kann den Namen mal nicht richtig aussprechen. Es tut mir sehr leid. Hier sehen wir auch zweimal Großschwert. Tatsächlich ist das eine sehr gern gesehene Waffenwahl für diese Arena-Quest. Also tatsächlich die meisten spielen entweder Schwert und Schild oder das Großschwert, weil du damit tatsächlich sehr viel Schaden austeilen kannst. Und im Doppel, also theoretisch könnten sie die Quest jetzt auch im Doppel spielen, ist das tatsächlich auch einer der besten Kombis. Also Schwert und Schild, damit du halt schön parren kannst und dann immer der Großschwertspieler, der den Schaden rauf hat. Wir sehen hier übrigens auch gerade bei Tukan, der ist verwirrt und er spielt trotzdem weiter. Ja. Also der weiß trotzdem, was er da macht. Respekt. Könnte ich nicht. Wie hieß das, wie hieß das Vogelfiech nochmal? Malfestio. Malfestio. Genau. Hat jemand von euch in der Arena schon mal gegen Malfestio gekämpft? Ah, das sind schon ein paar. Wie ist deine Zeit? Fünf Minuten. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Warum hast du nicht mitgemacht? Ja, gute Frage. Hätten hatten wir noch jemanden, glaube ich, ne? Wie viele Minuten ungefähr, weißt du das? Zu viele. Alles klar. Ja, ich bin klar. Fünf Minuten ist schon echt richtig gute Zeit. Also nächstes Mal vielleicht direkt qualifizieren. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal mitmachen, bitte. Du könntest nämlich hier echt coole Sachen gewinnen, muss ich mal sagen. Aber wir können da hinten luschern, siehst du schon ein bisschen hervor, die Kirin-Figuren, um die es hier nachher geht. Also das tut jetzt vielleicht ein bisschen weh da vorne. Ja, naja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir kommen nämlich gerne wieder. Ja, wir haben euch gerne hier. Der Malfestio, der ist auch am fleißig Lebenspunkt der Regenerierung oder sind das verschiedene Phasen, die er durchgeht? Er hat quasi einen Wutmodus, in dem er halt noch wesentlich aggressiver unterwegs ist. Das sieht man immer, wenn seine Augen noch so stärker hervorstechen. Dann, wie man es hier gerade bei Tukan ganz gut sehen kann, dann ist er quasi wirklich sehr, sehr aggressiv, haut eigentlich nur raus. Und dann geht es halt immer darum, ihn da möglichst schnell wieder raus zu prügeln, tatsächlich. Weil man ja nicht gerne so viel einfach nur einstecken möchte, sondern möglichst viel austeilen möchte. Da sieht man jetzt auch gerade, jetzt ist er wieder, ich weiß gar nicht, ob er schon wieder raus ist, aber nee, ist er noch nicht. Er ist schon sehr wild unterwegs und sehr schnell. Nee, wenn er die Ohren noch aufgestellt hat, ist er noch drin. Ich dachte gerade, sah er so ein bisschen aus, als wenn er anfangen will zu geifern. Und das ist tatsächlich so das Ding bei Monster Hunter. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo du darauf achten musst, wenn seine Ohren aufgestellt sind, dann weißt du, alles klein ist, das haben Agro-Modus. Das finde ich super. Es gibt tatsächlich sogar Monster nachher, wo sich zum Teil dann der Elementschaden, den du austeilst, änderst, je nachdem, in welcher Phase er gerade unterwegs ist. Das kennen vielleicht auch noch Leute aus World mit dem Barot, wenn er mit Schlamm bedeckt ist oder nicht mit Schlamm bedeckt ist. Das kenn ich, das habe ich selber gehabt, genau. Ja, 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 genau. Da gab es einen Unterschied, da klären wir das mal. Ich glaube, mit Schlamm war er gegen Wasser empfindlicher und sonst nicht gegen Wasser oder andersrum. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, falls es jemand hier gerade noch genauer weiß, darf er schreien. Deswegen haben wir eine Stunde gebraucht, den zu legen. Ja, wie gesagt, den sehen wir heute ja nochmal, weil er auch in Generations Ultimate dabei ist. Ultimate ist jetzt die Version, die ihr für die Switch rausgebracht habt, ne? Genau, das ist die Version mit G-Rank für Monster in the Generations, das es ja bei uns für den 3DS gab. Ja. Und das Spiel ist in Japan unter Monster in the Double Cross erschienen und das auch schon vor etwa anderthalb Jahren. Von daher ist es auch tatsächlich ein bisschen das ältere Spiel als World, hat aber einen riesen Umfang an Monstern, wie ihr hier seht. Und wir haben auch das Feature, was hier sehr speziell ist, dass ihr als Feline selber spielen und kämpfen könnt. Das werden wir uns nachher noch ganz genau angucken. Das haben wir zum Beispiel in World auch nicht. Ah, stimmt. Das sind diese kleinen Katzen. Ja, ja, genau. Und ihr habt ja auch wahnsinnig viele. In World habt ihr ja nur eine, die immer dabei ist. Genau. Und hier könnt ihr, glaube ich, bis zu 60 in euren Squad aufnehmen und die beschäftigen. Also das ist tatsächlich... 60 Katzen, die mit dir rumlaufen? Nein, nicht gleichzeitig, aber du kannst die halt quasi so in deiner Alm, sind die dann in deinem Squad dabei, kannst die auswählen und aufleveln auch noch. Und dann eben halt zum Kämpfen selber benutzen als deine Companions, damit sie dir im Kampf helfen. Die haben halt auch noch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Also quasi könnte man sowas wie Klassen nennen. Und je nachdem, was du auch als Hauptwaffe spielst, möchtest du quasi auch manchmal eine andere Katze haben. Also wenn du einen Distanzkämpfer spielst, zum Beispiel ich als Bogen, habe immer lieber Katzen dabei, die selber sehr aggressiv sind. Und die Akro, die quasi den Tank für mich machen. Aber Leute, die selber super nah dran sind, haben dann lieber vielleicht eine Katze, die viel supportet und viel heilt. Macht Sinn. Und damit kann man halt auch da noch sehr viel zusammenstellen. Und deswegen braucht man auch so viele Katzen, weil damit man halt all diese Fähigkeiten hat und das sehr genau abstimmen kann auf das, was man da gerade machen will. Oh, guck mal, der erste liegt schon. Ja. Quest erfüllt. Quest erfüllt hier bei Alex. Das sieht doch sehr gut aus. Dein Applaus für den Alex. Schon mal ein kleiner Applaus für den Alex. Ich schreibe aber jetzt gleich nochmal ganz genau die Zeit auf, weil wir hier nicht hundertprozentig an allen Bildschirmen gleichzeitig angefangen haben. Ich werde mal vielleicht rüber gehen zum Alex und vielleicht schon mal ein bisschen was, ein bisschen ausquetschen. Ich kletter mal hier mal über unser Tisch rüber. So. Alex, wie war deine Zeit? Ähm, 18. Oh, das ist aber schon gut, ne? Ja, so allein 8.18, das geht. Okay. Okay, ähm, hättest du was besser machen können? Oder war es ein guter Run für dich? Ich hätte mal, ich hätte den Schutz, äh, man kann ja mit dem Großschwert kann man sich ja schützen sozusagen. Ich hätte es öfters einsetzen sollen, überhaupt einmal einsetzen sollen. Ähm, bin halt komplett nur auf Damage gegangen und der, mit der Hunter Art jetzt hat noch den Finisher-Move gemacht. Also, Malfestio kommt auf mich zugeflogen und genau da, Schwerthieb von oben, perfekt. Ja, das ist doch gut. Du hast hier, du hast hier was sehr Lustiges an deinem Arm. Ja. Das sehe ich gerade, was ist denn das hier? Ein Konchu. Ein Konchu? Was ist denn ein Konchu? Äh, so ziemlich die nervigsten Monster in Monster Art. Das ist cool, hast du das selbst gemacht, oder? Nee, äh, von einer guten Steffi bekommen. Ach, das ist ja cool. Weil ich ein, ähm, München auch, ähm, also ich mache ja München auch den Stammtisch. Ich leite den und da haben wir dann unten drunter noch unseren... Ah, wir haben hier noch jemanden, der fertig geworden ist. Mit Ketsu Can. Sehr cool. 8.15, ich habe gar nicht schnell genug hingeguckt bei Victor. Cool, ich geh mal rüber, da hat noch jemand. Eine Zeit gemacht. Oh, das ist aber nah dran. Nah dran. Ein bisschen drüber. Du hast 8.50, hast du, würdest du sagen, hättest du was besser machen können, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe viel zu viele Schläge einkassiert, ähm, also ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, mich zu heilen. Ähm, ansonsten, ja, war eigentlich ganz okay, weil man sieht vorher, ich habe da bei der, ich habe das vorhin nochmal gemacht, da habe ich 39 Sekunden länger gebraucht, also ist schon, ja. Ja. Also schon direkt verbessert, geil. Ja. Wahnsinn. Ja, sehr cool. Mal schauen, wie die anderen Zeiten noch werden. Ich bin da auch schon mal ein kleiner Applaus hier für die beiden. Ich hätte wahrscheinlich aber 60 Minuten gebraucht, die Jungs machen das hier in 8 Minuten. Man muss auch ein bisschen bedenken dazu, es ist natürlich auch nochmal eine Erschwerung, dass sie nicht den Sound auf den Ohren haben. Ich weiß das selber, dass man manchmal zum Teil wirklich auch sehr mit dem Sound spielt, weil zum Beispiel, wenn das Monster schreit, bist du ja in der Regel, wenn du nicht gerade Ohr stöpst oder den Effekt drauf hast, bist du erstmal ein bisschen gestunnt und wenn du es dann hörst, dann ist es halt manchmal ein bisschen intuitiver, wenn man sich wirklich auf alle seine Jägersinne verlassen möchte. Ich kenne das, bei Monster Hunter World Spielen war ich immer so total drin gewesen, also wirklich so völlig gebannt vor dem Bildschirm und auf jedes Detail beim Monster achten. Was macht er jetzt? Wie muss ich am besten reagieren? Hier liegt jetzt der Nächste. Hier liegt der Nächste bei Tukan. Dann schauen wir jetzt gleich mal auf seine Zeit, die er erspielt hat hier für uns. Normalerweise könntest du jetzt auch das Monster quasi looten und dir relativ viel Kram sammeln, um zum Beispiel ein spezielles Rüstungs-Set herauszubauen. Genau, theoretisch schon, allerdings in der Arena nicht. Also in der Arena kannst du da eigentlich nur Heiltränke oder so rausholen, weil das halt ein bestimmtes Prinzip nochmal ist. Aber wenn ihr das Monster in einem normalen Gebiet erlegt hättet, genau, dann gäbe es jetzt, ähm, ich nötig. Zehn Minuten 58, okay. Was würdest du sagen, woran hat es gelegen, dass du ein bisschen länger gebraucht hast? Ich habe viel zu viel auf die Fresse gekriegt. Viel zu viel? Ja, das ist natürlich immer schlecht. Ja, und dann wurde ich auch noch einmal eingeschläfert. Ah, das ist mies. Aber mit der Paralyse hattest du kein Problem, ne? Ähm, nö. Okay, cool. Schaltest du einfach am Kopf um, oder? Also wenn man, äh, wie heißt es nochmal, wenn er gerade in Rage ist und einen paralysiert, dann ist es kritisch, weil da bewegt er sich auch schneller, da muss man auch schneller mitdenken. Aber ansonsten, wenn er normal ist, hat man da eigentlich kein Problem mit. Man muss halt vorne ist hinten, hinten ist vorne, links ist rechts, rechts ist links. Das ist halt alles vertreten. Ja, krass, ja, das ist für dich gut. 10 Minuten 58, auch trotzdem eine gute Zeit. Ja, und hier auch direkt mit 11.34 hinterher. Ich hätte wahrscheinlich, ich hätte es nicht unter einer Stunde, unter einer Stunde wäre bei mir schwierig geworden, glaube ich. Also ich muss sagen, ich bin auch eher so in dem Bereich 10 bis 15 Minuten, wenn ich das mache. Und du bist schon gut dabei. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht unbedingt so ein krasser Speedrunner. Für mich ist das auch nicht so schlimm, wenn es 1 bis 2 Minuten länger dauert. Okay, ja, gut. Aber es ist natürlich immer nochmal ein besonderer Ansporn und es macht natürlich auch Spaß, gerade wenn man dann halt auch immer sieht, okay, ich werde immer, immer besser mit jedem Mal, dass ich das nochmal versuche und vielleicht versuche andere Taktiken jetzt an Start zu fahren. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Quest über, da seid ihr jetzt im Doppelunterweg, da geht es jetzt gegen den Barriot. Da würde jetzt unser Schnellster mit dem Langsamsten zusammenspielen. Also tatsächlich sitzen die beiden auch wunderbar nebeneinander. Das ist doch wunderbar. Ihr seid ein Team, als hätten sie es vorher gewusst. Das war doch Absicht. Das war volle Absicht. Das haben wir so hingefakt. Nein, also tatsächlich haben wir das nicht, aber dann sind die beiden drüben auch zusammen. Dann geht doch mal in ein Lager zusammen, ihr beide, und nehmt die Quest an. Und der Barriot heißt der? Barriot, genau. Der ist eigentlich in einem Schneegebiet daheim. Oh. Er ist sehr, sehr agil und er hat auch quasi so Fernkampf-Schneewind-Angriffe, die relativ gemein sein können, weil es halt, wie du schon gesagt hast, Monster verhalten sich anders, je nachdem, wie du sie angreifst und ob du sie sehr viel im Nahkampf oder sehr viel im Fernkampf angreifst. Und mit dem Barriot weiß man halt schon, du hast halt eigentlich immer Trouble uns zu tun. Egal, auch wenn du mal wegrennst, kann ich halt auch von hinten gerne nochmal so einen Schubser von ihm treffen. Das wird, glaube ich, jetzt ganz spannend werden. Tatsächlich auch ein bisschen mehr Monster Hunter, dass sie jetzt zusammenspielen. Ja, das ist ja normalerweise ein kooperatives Spiel. Genau, wir sind ja eigentlich ein sehr, sehr kooperatives Spiel und es geht immer ums Teamwork. Ich habe mir aber hier für dieses Turnier so ein paar Spaßregeln überlegt und wollte halt einfach auch, dass die Leute halt ein bisschen zeigen als Monster Hunter, wir können auch mit anderen Huntern zusammenspielen und auch mit Leuten, mit denen wir nicht super eingespielt sind, weil darum geht es ja auch, eben weil wir uns alle immer gerne helfen und weil das eben halt nicht so ein, ja, wir sind eigentlich nicht sehr salty. Schummer, das ist doch schön. Jetzt haben wir im Gegensatz zur vorigen Runde auch ein bisschen Ton vom Spiel drauf. Das ist doch schön. Ach, schöne Musik habt ihr drin. Gefällt mir. Sehr entspannt, sehr entspannt. Naja, nach so einer langen und anstrengenden Jagd möchte man dann ja auch, wenn man im Hub ist, ein bisschen runterkommen. Ja, du kannst ja auch ganz viel machen in der Welt, ne? Du kannst ja kochen. Ja, Essen ist ein wichtiger Faktor in Monster Hunter. Tatsächlich für die Arena muss man nicht essen, aber sonst muss man ja vor jeder Quest essen, damit man die Buffs hat. Klar. In World ist es so nett, dass man ja noch theoretisch, wenn man es vergessen hat, es in der Quest machen kann. Hier ist es, wenn du es vor der Quest vergessen hast, ist es halt... Nicht gut. Nein, dann kannst du leider auch nicht nochmal essen gehen. Oh, hier werden gerade Gildenkarten ausgetauscht, das sehe ich schon. Ihr seid ready? Seid ihr drüben auch ready, Agnes und Toucan? Ja, beide bereit. Dann würde ich mal sagen... Jean? Jean? Alles klar, dann legt los. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier an Waffe ausgewählt wird. Oh, ich denke, Alex wird die Insektengläufe nehmen. Ich weiß nämlich, dass er die sehr, sehr gerne spielt. Die Insekten was? Die Insektengläufe, das ist ganz cool, da hast du halt wie so ein Kampfstab und ein Kinsekt, das für dich mitkämpft. Das ist schon relativ anspruchsvoll, weil du quasi so zwei Waffen immer gemeinsam benutzen musst. Aber ich glaube, wir werden da jetzt gleich ein bisschen was abstylen sehen. Das habe ich gerade drüben gar nicht aufgepasst. Okay, noch eine Insektengläufe und ein langen Schwert. Das ist auch so eine Sache in Monster Hunter, die mir schon aufgefallen ist. Man muss deine Waffe auch wirklich meistern und draufhaben. Ja, und tatsächlich in Generations Ultimate ist es halt durch die Jagdstile und Techniken nochmal viel, viel umfangreicher. Und du bist sehr lange damit beschäftigt, erstmal deine Waffe, den perfekten Jagdstil und dann die perfekten Jagdtechniken, die perfekt zu deinem Stil, also zu deinem generellen Gameplay sehr gut passen, dir auszuwählen. Also bis du in Jen wirklich sagen kannst, ich habe das jetzt wirklich gemeistert, da hast du ein bisschen Zeit hinter dir. Aber das ist auch ein sehr schöner Ansporn und es ist halt auch sehr, sehr schön, wie variantenreich das ist und wie sehr man das halt alles auf das, was man selber gerne spielt, anpassen kann. Aber wir sehen gerade schon, die Gläfenspieler sind halt immer super für Mounds, weil sie sich mit der Gläfe auf das Monster hinauf katapultieren können. Ah, ich sehe, ja. Aber man sieht auf jeden Fall schon, man kämpft in der Arena auch immer wirklich in der Arena gegen das Monster, gar nicht so in der gewohnten Umgebung von dem Monster. Nee, also dadurch ist es halt auch so, dass du quasi auch nicht weglaufen kannst. Das hat Vor- und Nachteile. Das Monster kann dir nicht weglaufen, aber du dem Monster auch nicht. Ah, das ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich sehe auch schon, hier drüben ist er auch vergiftet und im Para drin. Das ist natürlich eine extrem gute Kombination. Hier sieht man jetzt aber auch gleich direkt, wenn du zu zweit in der Arena bist, das flutscht direkt ein bisschen besser, weil man sich natürlich sehr gut gegenseitig aushelfen kann, weil einer mal schnell wirklich in Ruhe, was heißt in Ruhe, aber es kann mal einer schnell heilen gehen, während der andere das Monster noch ein bisschen beschäftigt. Das ist halt, wenn man wirklich ganz allein ist, das haben wir ja vorhin auch gesehen, dann ist das schon sehr, sehr hart, weil da kannst du dann auch gerne mal beim Heiltrank neben nochmal vom Monster weggewatscht werden, weil es gerade gar nicht, okay, wir haben gerade keine Musik mehr, aber das kriegen wir hin. Ja, da ist sie wieder, guck mal. Da ist sie wieder, da ist sie wieder. Wie ist denn das üblicherweise im Spiel, würde ich jetzt mit wie vielen Leuten das Monster jagen gehen? Also wenn ihr über die normalen Multiplayer-Quests geht, könnt ihr bis zu vier Leuten sein. Also ganz standardmäßig, wie es auch in Ruhe die Leute kennen. Ändert sich dadurch auch die Schwierigkeit beim Monster? Ja, das Monster wird im Multiplayer immer schwerer, also wenn du ins Jägerlager gehst und die Quest da annimmst, selbst wenn du alleine spielst, ist das Monster schwerer und hat mehr Lebenspunkte. Alles klar. Selbst wenn du es alleine machen würdest, deswegen nimmt man dann ja lieber seine Freunde mit. Ja, das ist tatsächlich wie im wahren Leben. Aber ich will hier gerade nochmal ein bisschen gucken. Ich sehe gerade, Harry hat den Alchemie-Stil, den spiele ich tatsächlich sehr gerne. Da hast du ein Fass, das du schütteln kannst und da verschiedene Objekte rausholen kannst. Wir haben auch immer liebevoll den Schütteln-dein-Fass-für-mich-Spruch, was sehr, sehr lustig ist, wenn sehr viele Leute mit ihrem Fass rumschütteln. Damit kannst du halt die Gruppe buffen und du kannst verschiedene SP-Zustände herbeiführen. Ab SP-Zustand 3 heilst du deine ganze Gruppe automatisch immer wieder mit nach. Und das ist halt eigentlich so, da willst du auf jeden Fall hinkommen, weil wenn das schon mal am Start ist, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einer ganz gut sicheren Seite. Hier haben wir noch andere Stile, also das war jetzt der Alchemie-Stil, ne? Genau. Und die anderen spielen, glaube ich, größtenteils Konter, beziehungsweise, ich glaube, hier drüben bei der Gläfe könnte es Wagemut sein. Ist es Wagemut, Alex? Luftkampf. Entschuldigung. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass ich viel hoch katapultiert. Genau, dass du halt die großen Sprünge hast. Und wie man hier unten bei Harry sieht, er hat halt drei Jagdtechniken, weil du im Alchemie-Stil die Möglichkeit hast, drei Jagdtechniken zu benutzen. Beim Luftkampf hast du immer nur eine, weil du halt schon den Bonus hast, dass du eben halt so hoch springen kannst. Das meinte ich halt damit, dass der Jagdstil halt die passive und aktive Fähigkeiten, die du besitzt, beeinflusst. Also du hast quasi fast unendlich Möglichkeiten, deinen Charakter zu spielen, also das ist schon Wahnsinn. Man merkt auf jeden Fall, die Jungs sprechen sich schon so ein bisschen ab, ne? Das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich, dass man sich abspricht. Deswegen ist es auch sehr gut, dass man dann beieinander sitzt. Weil es dann doch ist, dann sagt einer, okay, ich geh jetzt eben schnell auf den Kopf, du machst die Füße oder lalala, weil du kannst halt auch mit den Waffen den anderen, also es gibt quasi, du kannst den anderen keinen Schaden hinzufügen, aber du kannst sie vom Monster wegstupsen. Was natürlich extrem blöd ist, wenn gerade dein anderer Spieler irgendwie eine aufgeladene Attacke rausholen will und du kommst da an und haust ihn da weg und nimmst die Aufladung raus. Das kann auch mal Multiplayer für unglückliche Gesichter sorgen. Deswegen, da muss man immer sehr genau aufpassen. Also man muss seine Waffe auch im Multiplayer sehr gut verstehen und kennen. Da steht es da auch noch tatsächlich, hurt myself in confusion. Da muss man schon, Friendly Fire ist da auch mit drin, oder? Oder können die Jungs sich auch gegenseitig weghauen? Also tatsächlich nur weghauen, aber sie nehmen davon keinen Schaden. Okay, aber man muss trotzdem vom Positioning dann auf jeden Fall aufpassen. Da ist ja auch eine Stunde down, ne? Genau, wir haben hier drüben, haben wir schon eine Zeit tatsächlich. Wir gucken gleich mal auf die endgültige Zeit. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Kannst du mal einen Applaus geben für die Jungs? Für Victor und Clement. Also auf jeden Fall. Sehr gut. Man muss auch dazu sagen, die beiden Jungs haben noch nie zusammen Monster Hunter hier gespielt. Also sie sind jetzt wirklich ganz jungfräulich hier zusammengekommen, um jetzt mal Monster Hunter gemeinsam zu zocken. Das war mir halt ganz wichtig, um zu zeigen, dass wir halt eine Community sind, die sich auch quasi ohne, dass sie sich kennen, sehr gut verstehen. Ja. Hattet ihr jetzt Schwierigkeiten irgendwie in der Absprache, weil ihr noch nicht zusammen gespielt hattet? Oder ging das? Also ich würde sagen, er hat gut mal hier übernommen, aber es war sehr gute Absprache. Super. Ich habe mich halt auf die Flügel konzentriert. Er hat sich konzentriert, raufzukommen. Alles klar. Das war auch eure Taktik. So die Flügel ihn irgendwie übernommen machen, dass du hinten raufspringen kannst, Schaden machen kannst? Ja, der Punkt ist, wenn er Flügel beschädigt sind, dann hat er nochmal so zwei Sekunden, wo er dann nochmal in sich reinknickt und da haben wir dann nochmal Zeit zu reagieren und Damage zu machen. Ah, sehr gut. Das ist doch super. Wie war eure Zeit? 4,57. 4,57. Wahnsinn. Gute Zeit. Ach, oh, jetzt habe ich gar nicht notiert, weil ich so langsam war und hier drüben zugeguckt habe. 4,57, sagte man mir gerade. Aber da sieht man auch natürlich gleich halt die Zeit, zu zweit, gleich mal die Zeit halbiert. Ja, ja, das meine ich halt. Also zu zweit und gerade, wenn man sich gut abspricht und weiß, was man da tut, ist es halt immer ein Stück einfacher. Wie gesagt, weil einer immer ein bisschen das Monster beschäftigen kann, während der andere eventuell mal schleifen muss, heilen muss oder was auch sonst gerade passieren kann. Das schleifen ist auch so eine interessante Sache. Du musst ständig auch deine Waffen wieder nachschärfen, ne? Genau, also bis jetzt hat die ja keiner eine Fernkampfwaffe gespielt. Die musst du nicht schleifen, aber alle Nahkampfwaffen musst du schleifen und auch hier noch ein Unterschied zu World, weil in World hast du einen unendlichen Wettstein. Hier musst du sie immer schön sammeln und die sind auch verbrauchbar hier. Also auch daran musst du denken, wenn du mit einer Klingenwaffe in Generations Ultimate losziehst und du keine Wettsteine dabei hast, kann das irgendwann in der Quest ganz unangenehm enden. Das glaube ich ja. Was aber ganz cool ist, wenn man halt den Alchemiestil hat. Hat er gerade auch gemacht. Er hat sich gerade einen Alchemiestil quasi gemacht. Genau, genau. Deswegen, das ist halt ganz cool am Alchemiestil, weil du halt sozusagen dir alle Objekte, die du so in der Regel brauchst, eben halt selber erstellen kannst noch dabei. Je nachdem, wie lange man eben halt schon die aufladen konnte. Das ist übrigens eine Energieklinge hier vorne, die Harry spielt. Da sieht man, dass die Waffenstärke gesunken ist, dass es, wenn du eigentlich schleifen müsstest, oder? Genau, genau. Also es gibt halt auch verschiedene Schärfe gerade, aber eigentlich ab Gelb sollte man immer nachschleifen, weil man dann sozusagen Malus drauf hat. Also grün ist immer, oh Gott, oh Gott, wenn Janitz hier wäre, könnte er uns ganz genau sagen, welche Multiplikatoren da drauf wären. Aber eine Brause. Sehr schön. Wollen wir mal gleich die Zeit gucken. Gehen wir kurz. Ja. Ich finde es auch erwähnenswert, dass, wie heißt der, der hat heute das erste Mal seit längerer Zeit mal überhaupt Monster Hunter gespielt und sich qualifiziert und jetzt gerade mitgespielt. Wahnsinn. Dann seht das mal. Also nächstes Jahr ist auf jeden Fall mein Applaus wert, finde ich. Ja, gut gemacht. Das finde ich ganz toll hier bei der MAC. Das hatten wir auch bei den vergangenen Tagen, hatten wir kleine Brawl Tournaments gehabt, zum Beispiel Dragon Ball FighterZ. Da hatten wir auch viele Leute dabei, die ganz frisch dabei waren. Da kann man sich da drüben auch qualifizieren für die Tournaments. Wir haben nachher noch Tekken 7. Falls einer von euch Tekken 7 spielt, schaut mal da drüben vorbei. Vielleicht seid ihr nachher auf der Bühne. Also die Möglichkeiten gibt es hier auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hab's. So, wie war die Zeit? 8, 4. Also tatsächlich fast doppelt so lang. Aber man muss tatsächlich noch mal ein bisschen sagen, Jean, der Gute, hat das letzte Mal auf der PSP Monster Hunter gespielt. Ich glaube, alle, die jetzt noch wissen, was eine PSP ist, wissen, dass das etwas länger her ist. Bestimmt. Ich würde mal alle mal die Hand hoch, die noch eine PSP hatten. Ah ja, guck mal. Na, da sind ja noch ein paar dabei. Das ist gut. Ja, habe ich auch oft gehört. Also viele Leute haben das gerne auf der PSP gespielt. Aber wie man sieht, wenn man halt Monster Hunter kann, so die Grundtechniken, dann kommt man halt in jedem Monster Hunter auch immer irgendwie wieder zurecht, obwohl das trotzdem ein, also tatsächlich eine große Leistung ist, wenn man das Generations Ultimate noch gar nicht kannte, dass man das jetzt so gut auf Anhieb hinbekommt. Und ja, ihr beiden, so, damit haben wir eigentlich jetzt die Finalrunde anstehen, hier drüben mit Klemann und Viktor. Ich möchte Klemann immer Pascal nennen, ich weiß auch nicht warum, weil es ist mir heute schon die ganze Zeit passiert. Möchte eigentlich irgendjemand von euch was trinken? Habt ihr Durst? Gerne. Gerne? Ihr auch? Haben wir einen? Möchtest du auch was? Du hast schon was? Möchtest du was trinken? Alles klar, dann hol dich mal ein bisschen was zu trinken. So, habe ich den Spülschrank. Schwupp. Ist eine Cola okay? Jungs? Cola ist okay? Alles klar. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir irgendwas zum Öffnen haben. Ich habe gar keinen Flaschenöffner gesehen, aber ich habe hier irgendwo, war hier doch im Tisch, ein schönes Feuerzeug. Ihr könnt ja schon mal die nächste Quest direkt starten, oder? Genau, also jetzt wird halt gewechselt in den Pürscher-Modus und wir werden ein lustiges, kleines, flauschiges Fellbällchen sehen, wie man sich auch so einem Monster entgegenwirkt. Und du sagtest mir vorhin schon, dass es gar nicht so leicht ist, ne? Ne, obwohl die Pürscher extrem stark sind, aber tatsächlich sind sie etwas unbeliebt in der Community manchmal und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mehr Liebe für die Pürscher raushauen. Die sind nämlich eigentlich super stark und es gibt jetzt auch einen neuen Pürscher-Modus, in dem du quasi jetzt in den Biest-Modus gehen kannst. Damit sind sie sogar extrem stark. So, also gibt es jetzt super niedliche Katzen-Action. Da freue ich mich drauf. Eigentlich spielen jetzt nur noch unsere Finalisten tatsächlich, aber ich finde, ihr könnt auch einfach nebenbei nochmal mitspielen. Also, aber tatsächlich solo. Ihr müsst solo in die Quest. Genau, also es zählt die Zeit von den beiden Finalisten, aber wenn ihr an der beiden mitspielen wollt. Genau, ich wollte gerade sagen, aber das ist doch, also bevor ihr hier sitzt und Langeweile bekommt. Aber wer sind unsere beiden Finalisten, für alle, die es sich mitbekommen haben? Genau, das sind nämlich Victor und Clement hier drüben, die sich durchgesetzt haben. Alles klar. Und die werden sich jetzt dem Barot entgegenstellen als Pürscher. Die Quest ist auch tatsächlich, wie man gesehen hat, mit sechs Sternen wesentlich schwieriger als die, die wir vorhin hatten. Habt ihr das schon mal gemacht? Gestern im Hotel. Gestern im Hotel, okay, alles klar, aber ihr seid schon, habt ihr eine Taktik? Nein. Nein, okay, dann einfach gib ihm und gucken, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Genau, hier unten sieht man jetzt auch die verschiedenen Klassen, in denen du halt deine Katzen spielen kannst. Und genau, hinten der Beast Mode, der ist halt ziemlich stark, aber ich bin mal gespannt, auf was sie sich jetzt einschießen werden. Ich hab da gerade eine Astronautenkatze gesehen. Ja, also die Rüstungen für die Katzen sind leider das ultra niedlichste, was man sich vorstellen kann. Also, ähm, und tatsächlich sind die Rüstungen für die Katzen auch nicht ganz so, du brauchst nicht ganz so viel Materialien wie für die Jäger, aber wie ich schon gesagt habe, wenn du irgendwann 60 Katzen am Start hast, die du alle ausrüsten willst, ist das auch okay, dass die nicht so viel Materialien brauchen. Und wir sehen jetzt auch tatsächlich hier nochmal, dass sich das Gameplay tatsächlich nochmal ganz ändert. Also im Endeffekt ist so ein bisschen Monster Generations Ultimate so fast zwei Spiele in einem, wenn man möchte. Ja. Und man kann halt an jedem Punkt im Spiel wechseln. Also du kannst immer vor jeder Quest sagen, ich möchte als Jäger losziehen oder ich möchte als Pirscher losziehen. Alles klar. Ich frag mal ganz kurz bei unserer Tonregie, vielleicht ist das ja machbar, weiß ich jetzt gerade gar nicht technisch, weil wir glaube ich, weiß gar nicht, welche Konsole wie beim Son... Doch, jetzt haben wir die richtige. Guck mal, das klingt doch gut. Oder? Ja, das klingt gut. Das klingt gut, sehr gut. Und hier sieht man halt auch, dass die Katzen ganz viel mit dem Fassbombing arbeiten. Ja, und das ist auch, das ist der, den du meintest mit dem Riesenkopf. Das sieht man schon ganz gut. Genau, das ist der Barot, der tatsächlich am Kopf nicht wirklich empfindlich ist. Wie man sieht, er hat auch eigentlich nur, er ist ein Dickschädel unter den Dickschädeln. Das ist auch genau der, der vielen vielleicht aus The World bekannt sein sollte. Ja, den hab ich schon mal gesehen, auf jeden Fall. Aber der sieht so aus, also ich glaub, Kopfschmerzen kriegt der nicht so schnell. Wo ist der am empfindlichsten, am ehesten? Ähm, tatsächlich so unten mit am Bauch. Am Bauch. Okay, das heißt man... Also das ist er oder halt so hinter den Öhrchen schräg dahinter. Okay, das heißt man sollte versuchen, wenn er dasht, irgendwie um ihn herum zu kommen und dann möglichst den Schaden auszuteilen. Oh, da hat man auch gerade gesehen, wie er auf ihn zugerammt ist. Das ist natürlich sehr unangenehm. Ähm, bei den Katzen gibt's auch noch ein nettes Feature dazu, dass sie wirklich neuen Leben haben. Also normalerweise kannst du ja bei Monster Hunter nur zweimal sich dann niederlegen lassen vom Monster und dann ist die Quest gescheitert. Die Katzen können, wie man hier gerade gesehen hat, so eine Eichel dann essen. Und das können sie zweimal so, dass wir am Ende auf neuen Leben bei den Katzen kommen. Ich finde das ja sehr, sehr niedlich. Ich finde tatsächlich, das Niedlichste an allem ist, wie sie sich bewegen. Das sieht halt so unfassbar niedlich aus. Das ist jetzt dieser Schlammangriff gewesen, ne? Genau. Und hier drüben sich auch gerade bei Victor, der spielt auf jeden Fall die Biestkatze. Und jetzt ist er auch im Biestmodus. Jetzt sehen wir, dass seine Krallen so rot leuchten. Und damit macht er halt wirklich wahnsinnig viel Schaden, wie man sieht. Und ich finde, dass auch das Rüstungsset dazu auch sehr gut passt. Also er ist wirklich wie so ein kleiner, böser Kobold, der sich da durchschnetzelt. Das sieht sehr cool aus, ja. Wie man auch sieht, Victor spielt anscheinend lieber in Englisch als auf Deutsch. Ja, das kann bei vielen Spielern ein wichtiger Unterschied sein. Ich kenne das selber. Das kommt dann ganz oft, wenn man mit Leuten zusammenspielt, die nur Englisch spielen. Wenn man zu denen, ja, aber wie heißt denn das Item, reden wir überhaupt von demselben Item? Das hat er gerade auf den Bauch gelegt, ne? Das heißt, du kannst den Barot, den kannst du auch umstoßen. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt nur nicht ganz so einfach. Hat hier jemand von euch gegen Barot schon gespielt? In Monster Hunter Generations? Ja, da. Hast du eine gute Zeit? Ja, so zehn Minuten drunter, drüber. Drüber über zehn Minuten. Alles klar, schauen wir mal, was die Jungs schaffen. Bin mal gespannt. Ist aber schon nicht so der leichteste, ne? Ist schon ein schwieriger Gegner. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr fordernde Quest. Die wird jetzt wahrscheinlich uns auch so, würde man sagen, eine Viertelstunde auf jeden Fall beschäftigen. Das ist auf jeden Fall das Niedlichste, was ich gesehen habe. Oh, du bist bewusstlos. Schade. Aber, kann ja neunmal passieren. Kann immer mal passieren, passiert den besten. Es ist auch manchmal, in Anführungsstrichen, einkalkuliert. Oder hier sehen wir gerade drüben noch einen Mount bei Victor. Sehr nice. Passiert den besten. Und manchmal ist es halt auch einkalkuliert, weil man halt einfach extrem offensiv spielt. Und eben halt im Zweifelsfall darauf hofft, dass man dann das kleine Stückchen doch noch hätte ausweichen können. Hatte ich das gerade richtig gesehen, dass die Katze ihn mit einer Bratpfanne verprügelt? Ich glaube, es ist ein Fisch, oder? Ich habe es nicht genau gesehen, es sah fast aus wie eine Bratpfanne. Ist es ein Fisch? Ah, ist das Niedlich. Ne, das Ding nicht, als er oben drauf saß. Ah, okay. Oh Gott, da war ich jetzt gerade gar nicht so schnell. Oder ist er wieder im Biest-Modus, auf jeden Fall? Jetzt packt er den Wolverine aus. Ja, ein bisschen schon. Ein süßer, kleiner, schnuffeliger Wolverine. Das ist übrigens halt auch ein, das ist neu im Gegensatz zu Generations, dass du halt diesen Beast-Modus hast. Der ist erst mit Ultimate dazu gekommen. Mhm. Und ich finde ihn tatsächlich auch sehr, sehr gut und sehr spaßig. Also wenn ich eine Katze spiele, dann auch im Beast-Mode. Und, ähm, ja, kleiner Fun-Fact da am Rande. Also ich weiß gar nicht, ob Leute, den ihr kennen wahrscheinlich, also die, die hier sitzen, kennen ihn alle. Den guten Gaijin-Hunter. Hab ich schon mal gehört tatsächlich. Ja, der macht wahnsinnig viele Monster-Hunter-Tutorials. Der lebt halt in Japan und hat halt irgendwann angefangen, okay, ich möchte Monster-Hunter irgendwie den Leuten näher bringen, die halt im Westen leben. Weil es halt sehr, sehr komplex ist. Ja, aber netterweise Englisch spricht, aber trotzdem in Japan sozusagen an der Core-Quelle sitzt. Ja. Und er macht seit Monster Hunter 4 Ultimate riesengroße Tutorials zu jeder Waffe. Also falls man mal irgendwie nicht weiterkommt und sich denkt, was kann ich denn jetzt noch machen, um dieses Monster zu schlagen oder irgendwie besser zu werden, guckt euch seine Tutorials an. Und er hat sehr niedlich für alle Community-Manager von Capcom eine Katze gebaut. Und meine Katze war die Beast-Katze. Es gibt eine Steffi-Biest-Katze. Ah, das ist ja gut. So, da liegt der Barot wieder auf der Seite. Ist jetzt natürlich im Beast-Modus super praktisch, wenn du Schaden rausteilen kannst. Genau, und wie man da auch sieht, er geht immer ganz konsequent da unten auf den Bauch. Auch wenn er liegt. Er versteckt sich hier immer in so kleinen, das sind so, äh, sind das wie Minen, die quasi das Monster, die Aufmerksamkeit drauf ziehen. Das ist eine Anti-Monster-Mine Plus. Oh, die ballert aber gut rein. Das ist der Barot jetzt auch sauer. Stößt da so ein bisschen Dampf aus den Hörnern raus. Yep. Schade, ist wahrscheinlich so ein Rage-Modus. Ja, ist halt schon sehr niedlich. Ja, jetzt steht er da hinten rum und will sich nicht umdrehen, ne? Ah, hier wurde sich gerade noch ganz viel gelincht in der Falle versteckt, quasi geheilt. Ich weiß gar nicht, ob das einer gerade noch gesehen hat, wenn man den Lebensbalken beobachtet hat. So, da hinten ist auf jeden Fall schon down, der Barot. Wow, wow, das war schnell. Victor, meine Güte. Also, wenn ich es richtig sehe, ähm, Timelapse steht da 43. Das heißt, wir sind ungefähr bei sieben Minuten, denke ich, 15? Nee, sieben. Sieben Minuten wahrscheinlich. Wir gucken es gleich uns nochmal an. Aber auf jeden Fall, Victor, nicht schlecht. Also, da wollte aber jeder dieses Turnier gewinnen. Victor hat sich ja auch über den Livestream registriert, um hier zu sein. Er ist extra für uns angereist. Wo war das Ganze her? Aus Hannover? Neuer Rekord, würde ich sagen. Aus Hannover und mit sehr, sehr, sehr wenig Schlaf und sehr wenig Essen. Was gar nicht gut ist, weil wir doch immer vorher fest essen müssen. Ich habe schon gesagt, wir müssen Victor jetzt erstmal was zu essen besorgen. So kann das ja hier eigentlich gar nicht losgehen. Also, ich sehe das richtig, du hast das in 6,59 gemacht. Neuer Rekord. Wahnsinn. Also, 6,59, wir haben gesagt, unter 10 Minuten, ordentlich. Wahnsinn. Also, auf jeden Fall, das ist ein dicker Applaus wert. Du kriegst ein bisschen den Arsch vom Bild vom guten Barott, oder? Ja, ja, das dauert nur ein Weilchen. Okay. Das macht ja nichts. Nimm dir Zeit. Guck mal, da wird es weggetragen. Ist das süß. Ja, in der Community sagt man dazu auch liebevoll, aber man hat den Katzen-Express genommen. Ah. Weil wir sterben ja nicht als Monster Hunter, wir nehmen nur den Katzen-Express. Du bist halt bewusstlos. Ja. Da haben wir gerade noch mal ganz kurz gesehen auf dem Bildschirm von Victor, wie viele Waffen er spielt. Und da hat man gerade gesehen, dass er extrem exorbitant viele Waffen, auch sehr viel gespielt hat. Also, okay, weil die Jagdhorn- und Fernkampfwaffen sind nicht so seins, aber dem Bogen trotzdem auch sehr, sehr viel. Nicht schlecht, Hut ab, Hut ab. Da ist auf jeden Fall einer gut unterwegs gewesen. Ja, Mensch. Nicht schlecht. Also, bei mir ist dann immer nur ein riesiger Balken beim Bogen im Moment. Ich bin nämlich immer noch dabei, den schönen zu bekommen. Und das alles auf einem Niveau zu haben, dass ich da glücklich bin. Schau mal. Der Barot ist hier auf jeden Fall ziemlich stinkig mit dir. Wäre ich auch, wenn jemand Fassbomben nach mir schmeißt. Fände ich auch nicht lustig. Ja, Victor macht hier gerade noch ein bisschen Show-off von seinen Rüstungen ein bisschen. Das ist aber voll in Ordnung. Für die Leute, die es interessiert im Stream, die können auch mal ein bisschen luschern, was da alles so schlummert. Gut, ich nutze die Zeit jetzt schon mal, meine Urkunden auszufüllen, weil es gibt für heute wunderbare Urkunden. Ich suche die mal eben raus. Oh ja, mach das mal. Und da sind auch die Figuren, ne? Das heißt, um die wird jetzt auch gleich nochmal gespielt, oder? Die haben wir jetzt schon. Oh. Ah. Alles klar, das ist doch schön. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Du hast ihn auch down jetzt? Sehr schön. Komm mal, Applaus. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht down bekommen. Was würdest du sagen, woran hattet ihr die Legen? Es war jetzt aktiv das zweite Mal, dass ich überhaupt die Katze spiele. Ah. Ich habe das schon im Vorfeld nämlich gehört, dass das gar nicht so einfach ist, weil die meisten das gar nicht machen. Also, zum Farmen ist das eine tolle Sache, weil man halt einfach keine Items benutzen muss. Aber ich habe nie den Drang gehabt, jetzt ein Monster zu jagen als Katze. Ja. Gut. Ich meine, aber das ist dann natürlich eine umso bessere Herausforderung, denn es ging um zwei ganz wunderbare Figuren. Ich zeige euch das mal. Die haben wir hier hinten. Ich stelle die mal schon mal nach vorne. Ah. Die sehen schon halt unfassbar gut aus. Die sind schon echt hübsch. So. Hätte hier einer von euch Bock auf diese Figuren? Ja, alle natürlich, ne? Guckt euch die mal an, die sehen halt schon sehr cool aus. Das ist der oder die Kirin? Der Kirin. Und zwar hier einmal in hell und dunkel, oder? Wenn ich das richtig sage. Das eine ist das Orochi-Kirin. Orochi-Kirin. Und das andere ist das? Das ist der normale. Das ist der normale. Der normale. Ah, sehr schön. Okay, und du darfst dir dann, das machen wir gleich, jetzt werden gerade erstmal die Urkunden ausgeführt, du darfst dir dann gleich aussuchen, welche du da haben möchtest, weil du die Bestzeit gemacht hast. Das heißt, kannst du gleich mal überlegen. Du hattest jetzt, was für eine Zeit hast du? 10 Minuten 38. 10 Minuten 38. Ist ja fast unter 10 trotzdem geblieben. Ist doch trotzdem super Zeit. Ich habe meinen Rekord gebrochen. Das war ein neuer Rekord für dich? Ja, für mich. Wow, sehr schön. 10.38 haben wir, falls du noch aufschreiben musst. Oh, das sind aber schöne Urkunden. Ja, wir sind tatsächlich von einem Community-Member designt worden. Oh, aus der Community. Das finde ich, ich finde das ja immer schön, wenn Leute direkt nah an der Community dran sind. Das scheint ja der Fall zu sein. Jungs, wie ist es bei euch hier? Hier liegt ja auch schon der Erste. Wie lief es? Das war überhaupt nicht die Katze für mich. Nee? Nee. Hast du das erste Mal gespielt in der Eure Katze jetzt? Nee, ich habe eigentlich mehrere Katzen, mit denen ich auch spielen kann. Aber die hatte halt nicht die richtigen Fähigkeiten drin, die ich zum Beispiel spielen würde als Katze. Ah, okay. Aber du hattest trotzdem eine Zeit von 11.48, was immer noch sehr gut ist. Ja, es ist B. Also es könnte besser sein. Hätte ich meine Fähigkeiten drin, gibt es eine Fähigkeit, wo ich die Eicheln, die die Katze hat, einfach komplett essen kann und damit meine Fähigkeiten noch schneller sozusagen einsetzen kann. Das heißt, ich könnte von Anfang an auf Full Power gehen und müsste nicht erstmal aufbauen, damit ich dann auf Damage gehen kann. Ah, okay. Hättest du eine sehr viel bessere Zeit gemacht? Eigentlich schon, ja. Okay, aber trotzdem, 11.48 ist auch eine super Zeit. Da fällt gerade direkt der Nächste. Dann laufe ich euch mal direkt vor den Bildschirm lang, wenn ich das machen kann. Sehr cool. Ich bin mal gespannt auf deine Zeit. Ich schiebe das mal ganz kurz zur Seite, nicht erschrecken. Ich glaube auch 11 Uhr. So. Du hast was gespielt für die Katze, du hast auch Beast Mode gespielt? Ja, ja. Und ich war ein bisschen im Bereich, weil ich wusste nicht, dass man mit diesem Katze sich nicht heilen kann. Ah. Und das war also, heute war das erstes Mal, dass ich Katze überhaupt gespielt habe. Wahnsinn. Okay, und dann bin ich mal auf deine Zeit umso mehr gespannt. Das halbe ich so, wow, das sieht mächtig aus, aber wie kann man sich heilen? Kann man nicht eigentlich. Okay. Wahnsinn. Ja, wir schauen mal auf die Zeit erst gleich. Wir hatten da jetzt 11.48. Da sind 12.34, auch eine super Zeit. Ich finde, es gibt einen Applaus für alle vier, weil sie haben eine trotzdem viel gelegt. Schöne Sache. Ich hätte wahrscheinlich einfach eine halbe Stunde gebraucht oder länger, wenn ich es überhaupt geschafft hätte. Wahrscheinlich nicht. Wahnsinn. Ja, wirst du nochmal Katze spielen? Warum nicht? Warum nicht? Sehr schön. Gut, ich glaube, die Urkunden sind soweit auch schon ready und hier wird hinten auch schon fleißig ausgepackt, denn es gibt gleich so ein paar schöne Geschenke. Genau, ich schnappe mir gerade mal wieder ein Mikrofon. Also es gibt auf jeden Fall hier für alle von euch einen wundervollen Monster Hunter Hoodie. Wir können das gleich nochmal mit den Größen ausklarbüstern. Ich zeige euch den jetzt nur schon mal. Oh, warte mal, lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hinten auch übrigens sehr schön, finde ich. Hinten ein schöner Print drauf. Ja, damit man uns immer schnell erkennt. Also es laufen hier, glaube ich, auch noch ein paar rum, die den Schutt anhauen von unserem Monster Hunter Stammtisch Hamburg. Die muss man sich aber tatsächlich immer verdienen schwer. Die gibt es nicht zu kaufen oder irgendwie, das ist wirklich nur für Leute in der Community, die irgendwas Geiles gerissen haben. So wie hier zum Beispiel gerade. Wenn ich jemanden sehe, der es anhat, weiß ich, der hat was drauf. Ja, ja, ja. Cool. Das kann man so sagen. Ja, hier haben wir einmal XL. Stimmt, da vorne sitzt noch jemand, oder? Ach ja, genau, da sind noch Dani und Marius, die haben nämlich auch noch mitgemacht, aber die sind schon quasi bei der Vorqualifizierung raus. Die kriegen natürlich auch noch ein Hoodie, aber Dani hat auch schon einen, denn Dani war auch schon bei unserem Release Celebration Event im Meltdown in Köln dabei, als wir auf der Gamescom waren. Oh, ja, ja. Ja, ja, also die Leute, die bleiben auch gerne bei uns. Das ist schön. Ich mag das, wenn Communities so schön zusammenhalten. Das finde ich immer super. Genau, weil also Dani hat es nämlich geschafft, den Malfestio in 14.12 zu schaffen mit dem Großschwert. Dani, das ist deine Urkunde. Willst du nicht noch mal kurz auf die Bühne springen? Hol dir deine Urkunde ab. Ja, das machen wir kurz. Machen wir kurz einen Applaus für den Dani. Ich gebe es dir mal vor. So, warte mal, komm da rum, dann gehe ich hier lang. Dani möchte gerne über die andere Seite gehen. Okay, und Marius, der auch mitgebracht hat, hat es in 12.8 geschafft. Er hat auch mit dem Großschwert gekämpft. Aber Marius ist auch der wunderbare Mensch, der diese Urkunden überhaupt erst für uns designt hat. Ich finde, dafür gibt es nochmal einen extra Applaus, bitte, für den wunderbaren Marius. Jetzt kann er sich seine eigene Urkunde zurück abholen. Ja, ich stelle sie einfach dazu, ne? Ja, genau. Es geht weiter, es geht weiter. Also für ihn gibt es ein Hoodie, das Klamüschen wir gleich noch aus. Es gibt wunderbare Monster Hunter Sammelfiguren hier in klein für euch alle. Ui. Ui, ui, ui. Oh, guck mal hier. Die verteile ich jetzt schon mal fröhlich. Das ist ja schön. Monstanzer Figur für dich und für dich. Die sehen echt schick aus. Zeig mal her. Muss ich mir mal angucken? Wollen wir die mal in die Kamera zeigen? Komm, ich gehe mal da rüber. Die sind schon, die sind schon sehr cool, ne? So, bitteschön, bitteschön. Schau dir das mal an. Warte mal, ich mach mal so. Wir fangen ganz von hinten an. Echt coole Dinger. Hätte ich auch gern. Dann haben wir jetzt hier die Urkunden einmal für Alex und Victor. Sehr schön. Das gehen wir mal weiter. Wer hat noch keinen? Wer braucht noch einen? Ich glaube, die haben jetzt alle einen. Haben alle einen? Beziehungsweise die beiden hier vorne. Ja gut, wenn alle einen haben, dann... Ich habe jetzt auch noch eine fürs Mitmachen. Ihr hattet alle einen bekommen oder? Ihr hattet auch schon eine bekommen? Das ist ja wirklich eine für mich. Nein, ich habe mich verschrieben. So. Dankeschön. Ja, ich war ein kleiner Volltrott und halb Namen durcheinander geworfen. Das passiert schon mal. Für unsere besten vier gibt es dann auch nochmal ein wunderschönes T-Shirt. Ihr könnt euch auch gleich dann nochmal... Wir streiten uns nochmal um die Größen. Das müssen wir jetzt hier nicht machen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast gleich zur absolut coolsten Geschichte. Denn ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer möchte welches Kirin mitnehmen. Genau, du warst ja Gewinner, du darfst das gerne aussuchen. Du möchtest das Orochi-Kirin? Du möchtest das Orochi? Das ist das hier. Dann übergebe ich dir das jetzt ganz, 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 ganz feierlich. Und sage herzlichen Dank und sehr cool, dass du gewonnen hast. Du warst ja von Anfang an Feuer und Flamme für die ganze Geschichte. Von daher sehr, sehr verdient. Und dann hier für Clemen, der sich hier einfach auf der Meck noch für die ganze Geschichte hat begeistern lassen und mitgemacht hat. Wie gesagt, noch im Hotelzimmer nachts trainiert hat, damit er hier auf jeden Fall am Start sein kann. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ihr kriegt natürlich auch noch eure Urkunden. Wunderbar. Sehr gut. Verteilst du ganz kurz? Das mit den restlichen Items machen wir gleich. Genau. Das sind Fs. Das sind Fs. Ich bin Steffi. Ja, ausgestellt von Steffi. Du hast sie ausgestellt von mir bekommen. Ganz liebevoll. Ist okay, jetzt darf das Brain auch aufhören zu funktionieren. Also jetzt ist das Wichtigste geschafft. Du hast den zweiten Platz gewonnen. Und ich hoffe, dass ihr beide euch jetzt immer ganz glücklich aneinander erinnert und eure Kirins anguckt. Und ja, nochmal daran denkt, wie schön und bunt unsere lustige Community ist. Ja, also wir verteilen gleich den ganzen Kram. Danke, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir haben gleich direkt im Anschluss wieder Programm. Nämlich mit den Rocket Beans gibt es ein Almost Daily hier auf der Bühne. Also bleibt gerne hier, wenn ihr das sehen möchtet. Wir bauen ganz klein ein bisschen um, verteilen die Items. Ist das übrig? Vielleicht. Vielleicht. Wollen wir jemanden glücklich machen? Hast du, stell doch mal eine Frage, eine Quizfrage. Eine Quizfrage, okay. Hm, hm. Wir machen das folgendermaßen. Ihr ruft einfach rein und wir gucken mal, wer sich als Erster meldet. Wie hieß das Monster, das wir jetzt als letztes bekämpft haben? Das waren sehr schnell viele. Okay, da war die Frage vielleicht zu einfach. Das war zu einfach. Stell mal eine schwierige Frage. Okay, noch ein bisschen schwieriger. Das Monster, was bei Alex am Arm hängt. Wie heißt das? Da war er. Da war er. Alles klar. Dann geht die Figur an dich. Die geht an Straight Outers Spandau. Und kann ich mich nicht richtig erinnern, warst du nicht der Mann, den den Kuschal der O-Reihe steigert hat? Dann habt ihr euch aber hier mit den Spandau-T-Shirts Spandau und Monster Hunter Schein zusammen zu gehören. Sehr interessant. Oh, und da ist auch noch ein Kezu unten dran. Na ja, okay. Alex nimmt sie alle mit. Gut, wir düsen noch von der Bühne und machen schon mal Platz für die Rocket Beans. Genau. Ihr kriegt alle noch eure Gewinne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nochmal kurz ein Applaus für die Jungs. Die haben sich wieder angestellt. Bleibt gerne hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank.